Das ist doch kein Sissi-Sport. Ah, aber ich weiß noch nicht. Okay. Ja, ich habe hier hinten mal so ein bisschen rumgezündelt und gemacht. Aber, wenn ihr von einem Feld auf ein anderes... gehen wollt... Achso, ihr wollt nicht wirklich da spielen, ne? Das ist ja nur ein Stadion. Richtig erkannt. Aber dann hätte ich es nämlich so viel lieber in eine Etage tiefer gesetzt, sodass das Feuer sozusagen nur die Oberfläche... Ja, ich sage ja, ähm... Ich sage ja, dass das Feuer nicht auf der gleichen Ebene ist so wie das Spielfeld, sondern eine Ebene darunter. Das war halt meine Intention. Wie gesagt, die Verletzungsgefahr, dass man sich in Brand steckt, ist dann halt besser. War geringer. Ja, deswegen. Ist doch scheiße. Ne, ich finde es schon besser so. Also ich finde es sieht besser aus, ehrlich gesagt. Das sieht besser aus. Das, was ich hier gemacht habe, ja. Ja. Ja gut, stimmt. Weil es Feuer nur dazwischen ist. Weil es Feuer nur dazwischen ist. Genau. Dann siehst du das auch besser. Ja, du hast recht. Okay, dann machen wir es auch so. Dann füllen wir unten jetzt mit Erde auf. Und machen oben dann Stone. Und lasst euch nicht in Brand setzen, ne? Jetzt habe ich natürlich hier hinten Stone verbreiten. Das ist zum Kotzen. Dumm von mir. Ähm, jetzt macht ihr aber jetzt... Der Dreck kommt da jetzt nicht überall hin, oder? Ne, nur die, äh, nur die Felder quasi. Die Zwischenlinien, die, äh, nicht brennen, da wollten wir ja nochmal gucken, was wir dafür nehmen. Da hatte Jagool ja schon Redstone irgendwie vorgeschlagen. Ja, weil hier ist nämlich ein bisschen zu viel Dreck gesetzt worden. Äh, ja, da hatte ich ja irgendwie nur geprobiert. Da ging es nur um das ausprobieren, was wirkt und was nicht wirkt. Alles klar. Und dann müssen wir, äh, dann mal gucken, wie wir die Zwischenlinien quasi machen, weil... Ich Redstone, wenn es beleuchtet ist, finde, eine interessante Idee halt. Ja, gut, das war jetzt, ist jetzt ein bisschen... Ach, ne, stimmt. Das muss eigentlich alles aufgefüllt werden, ne? Ja, dann... Jetzt muss alles aufgefüllt werden, ja. Du hast völlig recht. Ja, gut gedacht. Und ich nicht gut gedacht. Oh, gut, dass wir so viel Erde haben. Davon werden wir viel brauchen. Wo war die Erde? Hier hinten bei uns in der Ecke. Ihr macht jetzt... Alles mit Erde. Ne, alles mit Erde. Ja, ja, ja. Ja, gut, hat es richtig und ich hatte es falsch. Ähm, deswegen alles Erde, weil... Ja, die Spielfelder nochmal oben drauf kommen und dann noch ein, äh, jeweils ein Feld dazwischen ist, was dann zweilöchertief wäre, was ja Quatsch ist. Weil die nächste Linie muss dann ja direkt schon am Feld sein. Also auf Feldhöhe dann. Dementsprechend... Die Spielfeldererklärung ging ja nur darum, äh, dass das Feuer quasi ein Tief ist. Ja, genau. Die anderen Linien sind dann ja auf Spielfeldhöhe. Wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, wenn wir die Netherrack-Linien einmal eine Etage nach unten gesetzt hätten, ne? Als wenn wir jetzt komplett um das Stadion drumherum zwei nach oben filmen müssen. Ja, nun. Aber macht's für die Cutcom einfach. Ja. Sagt ja auch keiner, dass das innerhalb von kurzer Zeit fertig sein soll. Nö. Das soll innerhalb von kurzer Zeit fertig sein. Okay, du bist so ein subversiver Minecraft-Mitspieler, das gibt's gar nicht. Ich weiß. Und Veganer ist er auch noch. Genau, aber nur Minecraft-Veganer. Ich weiß gar nicht, ob das eine geschrottete Aufnahme ist, wo du mir damit drohst, mich aufzuessen, um mir zu beweisen, dass ich, äh, also dass du kein Veganer bist. So habe ich nie gesagt. Natürlich nicht. Weil die Aufnahme geschrottet ist. Ich glaube, ich fürchte, es ist tatsächlich eine geschrottete Aufnahme. Ja, aber wenn du das hier sehen könntest, Orki, du wärst echt sehr stolz auf uns. Bitte? Bitte? Ich sagte, du wärst sehr stolz auf uns. Wenn du sehen könntest, was wir hier bauen. Dann mal vorbeikommen wir uns hier. Hier bei meiner Bude vorbei und dann kommen wir mal. Ich meine ausgerechnet, Jago, wir haben beide jeweils etwa 8 Stunden mit Planieren verbracht. Also 16 Mannstunden fürs Planieren. Und ich will gar nicht wissen, was der Rest noch alles irgendwie an Zeit auffressen wird. Das überschreitet die Baukosten. Ja. Da ist der Flughafen von Berlin ein Scheiß gegen. Der immer noch nicht offen hat, ja, ja. Stuttgart 21. Yeah. FOPs. Yeah. Bist du die anderen Linien da mit Wolle machen, oder wie hast du das vor? Ja, ich weiß nicht. Du hattest ja irgendwie die Idee mit Redstone irgendwie. Ja, das war, äh, aber vorher. Jetzt nicht mehr, oder was? Ey, was machst du hier in meinem Feld? Ja, die Höhen ist Feld. Es sind genug Fels mehr. Original, ey. Ey, was machst du in meinem Feld? Ich sag ja, das ist diese, das ist diese Kleingarten-Mentalität, die schon längst drin ist. Da hab ich überhaupt nichts zu beigetragen. Meine Patelle, geh weg hier. Hier wachsen meine Erbsen. Ich buddel, hier buddel ich. Wir buddeln nicht, wir bauen auf. Wir haben schon gebuddelt. Ja, momentan füllen wir auf. Wir sind noch lange nicht fertig. Ich verbaste mich immer, das macht's immer schwierig. Ich kann ja mal mitzählen sollen, wieviel Stacks eins von diesen Innenfeldern quasi braucht. Rechne es doch aus. Nee, lass mal. Da, äh, verreck ich mir das Gehirn bei, oder so. Verstauch mir den Denkmuskel. Bin er länger? 38. Klevere ist ich. Ey, hört der mir einfach an meinen Wifi rein. Wenn drei erwachsene Männer, ne, Spaß daran haben können, sich gegenseitig beim Bauen zu behindern, dann muss das schon ein gutes Spiel sein. Und du hast Erde weggeschissen, ne? Will ich nochmal sagen. Ja, weil ich dachte irgendwie zwischendrin diese Stimmen, die sagen, nein, Erde habt ihr mehr als genug und ich habe noch drei Christen Erde zu Hause. So, das war der ja cool. Aber naja. Welche Stimmen? Was? Konnte man denn nochmal so'n, äh, Knopf, also Stein-Knopf machen? Äh, dann brauchst du Stone für, also gebrannte, gebrannten Cobblestone. Und davon zwei Stück nebeneinander. Oh, schneid wieder. Na, wieso? Kannst du nicht durch Cobblestone auch? Zwei wem nur noch? Das geht nicht. Okay, dann brauchst du das richtig. Ah, untereinander. Okay. Der Bonder ist da! Stimmt, mit dem habe ich mich ja heute zum Blödball verabredet. Deswegen kommt er dann mit am Phone-Kenten. Wie zum Blödball hier, äh, das Stradion-Bahn oder richtig spielen? Ja, ja, ja. Richtig, ähm, richtig. Ja, ja, richtig. Und wenn auch hier einfach weiter bahnen. Also das, das, äh, so mit Leuten durch die Gegend schicken und so. Lex, geh mal eben neue Erde holen. Du hast mich doch bloß gerade rennen sehen, oder? Also, ich weiß von nichts. Wir werden auch ein paar Feuerzeuge brauchen, fürchte ich, um alles in Brand zu stecken, was hier brennen muss. Da. Braucht noch jemand Erde? Dann bring ich welche mit. Hallo, hallo? Ähm, weiß ich nicht. Also, ich hab hier unten die, im Lager noch mal ein paar Kisten erdet, oder? Na, ich hab jetzt hier noch einige Stacks irgendwie an Bord. Na, wenn einer braucht, muss er Bescheid sagen. Dann komm ich vorbei und schmeiß ein paar hin. Ja, ich hab auch noch ein paar an Bord. Wieso muss ich das jetzt eigentlich schneiden? Oh, ich hab hier viele Felder ausgezählt. Hehehe. Aber dreimal übers Feld gelaufen, du weißt nicht mehr, in welche Richtung irgendwas ist, ne? Mädchen! Ähm, hast du jetzt von hier fast alle Erde mitgenommen, ne? Ja, ja. Also, wer braucht muss zu mir kommen, ich bin hier hinten in der Anderecke und fülle lustig auf. alles klar und ich mache sowas jetzt von mir ja echt du fühlst auch? wow ja wette ist gedacht vielleicht kann ja irgendjemand der das irgendwann mal anguckt ausrechnen wie viele stacks erde hier verbraucht worden sind dann haben wir vielleicht so in zwei jahren wenn hier irgendwie ein paar abonnenten auf dem kanal sein sollten auch eine antwort darauf ja gut brauchst du erde? nein ich glaube ich kenne nicht alle youtube usernamen aber ich glaube aus der fob community hat bisher auch nur der jester abonniert oder ich kenne einfach die namen nicht ich habe nicht abonniert ich habe einfach ich gucke so da drauf wenn ich bei 100.000 abonnenten bin kann man damit geld verdienen so du wirst der eine sein wegen dem das nicht klappt ich hoffe du bist jetzt glücklich wenn du bei 9.999 was zum geier wo ist der creeper alter ich kriege einen mittelschweren anfall hier ja nicht schlecht der hat mich hier weggesprengt ja der hat mir hier gut was weggesprengt das stimmt wohl gut er hat auch clay irgendwie offen gelegt den werde ich mir jetzt mal schnacken hier was hat er offen gelegt? clay äh lehm ach das ist hier gefroren äh das ist ach das ist der see den er aufgesprengt hat deswegen nervig meine rüstung ist weg ja die verbraucht sich aber ich habe halbwegs ringsherum hier feuer gemacht okay die eine linie hier die muss noch irgendjemand anders machen das ist eigentlich irgendwie schon ein zugang da nun ja ich will